Ich glaube tatsächlich, weil ich eine recht offene, eine authentische Art habe, mich nicht verstellt habe und auch eine Lernbereitschaft signalisiert habe. Den Job glaube ich habe ich bekommen dadurch, dass ich sehr offen aufgetreten bin und eigentlich sehr locker geblieben bin und ihnen einfach gezeigt habe, was ich kann und dass sie nach genau dem suchen. Ich denke, dass ich die Teamleiterposition bekommen habe aufgrund der Projekte, die ich in meiner Vergangenheit in den Unternehmen schon mitgearbeitet habe. Prinzipiell ist es natürlich von Vorteil, wenn man einen HTL-Abschluss mit Matura hat, aber es ist auch möglich als Quereinsteiger reinzukommen. Ganz wichtige Soft Skills für die Arbeit als Serviceberater sind ganz ganz sicher Kommunikationsbereitschaft. Für mich als Teamleiter ist es zum Beispiel wichtig, wenn ich einen neuen Mitarbeiter bekomme, dass es ein ehrlicher, kommunikativer und sehr offener Typ ist. Wir sind ein sehr freundliches und offenes Team, also ein bisschen Witz gehört immer dazu.